Polizeiberichte Berlin 24. August 2022 Wenn du keine Polizeiberichte oder wichtige Meldungen der Polizei Berlin verpassen willst, abonniere unseren Kanal. Bericht Beleidigungen mit rassistischen Hintergrund Nummer 1681 Passanten alarmierten gestern Nachmittag die Polizei nach Moabit. Dort zeigten mehrere Personen einen Mann an, der sie gegen 16.20 Uhr in der Turmstraße und am Mathilde-Jakob-Platz beleidigt haben soll. Zunächst soll der 47-Jährige vom Fahrrad aus eine 55 Jahre alte Frau wegen ihres Kopftuches beleidigt haben. Als ein 62-jähriger Passant und zwei 34 Jahre alte Zeuginnen auf die Situation aufmerksam wurden und der Beleidigten helfen wollten, sollen auch sie von dem 47-Jährigen, zum Teil ebenfalls rassistisch, beleidigt worden sein. Einsatzkräfte überprüften den Tatverdächtigen vor Ort und sprachen ihm gegenüber einen Platzverweis aus. Die Ermittlungen zu den angezeigten Beleidigungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts übernommen. Bericht Beleidigungen mit rassistischem Hintergrund Nummer 1681 Passanten alarmierten gestern Nachmittag die Polizei nach Moabit. Dort zeigten mehrere Personen einen Mann an, der sie gegen 16.20 Uhr in der Turmstraße und am Mathilde-Jakob-Platz beleidigt haben soll. Zunächst soll der 47-Jährige vom Fahrrad aus eine 55 Jahre alte Frau wegen ihres Kopftuches beleidigt haben. Als ein 62-Jähriger Passant und zwei 34 Jahre alte Zeuginnen auf die Situation aufmerksam wurden und der Beleidigten helfen wollten, sollen auch sie von dem 47-Jährigen, zum Teil ebenfalls rassistisch, beleidigt worden sein. Einsatzkräfte überprüften den Tatverdächtigen vor Ort und sprachen ihm gegenüber einen Platzverweis aus. Die Ermittlungen zu den angezeigten Beleidigungen hat ein Fachkommissariat des Polizeilichen Staatsschutzes des Landeskriminalamts übernommen. Bericht Sachbeschädigung an Verlagsgebäude Nummer 1682 Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 53 wurden letzte Nacht zu einem Verlagsgebäude in Kreuzberg alarmiert. Als die Beamten kurz nach einer Uhr in der Friedrichstraße eintrafen, schilderten zwei 18- und 20-Jährige Zeugen, dass sie gegen eine Uhr, im angrenzenden Park verweilend, einen lauten Knall wahrnahmen. Bei der Nachschau sahen sie dann die gesprungene Glasfassade der Kantine des Hauses. Zum Zweck der Spurensicherung erschienen weitere Kräfte der Direktion 5, City, die Ermittlungen dauern an. Bericht Zusammenstoß von Zweiradfahrern Nummer 1683 Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen Zweiradfahrern in Pankow. Nach bisherigem Kenntnisstand bevor gegen 15.30 Uhr ein 43-jähriger Mann mit seinem Lastenrad, in dessen Korb sein 10-jähriger Sohn saß, den Radweg der Pasewalkerstraße. Dabei soll er entgegen der Fahrtrichtung unterwegs gewesen sein. Kurz vor der Zufahrt zur Löffelbrücke kam es zu einem Zusammenstoß mit einem entgegenkommenden 33-jährigen Rennradfahrer, der denselben Radweg parallel zur Prenzlauer Promenade befuhr. Dadurch wurden der 43-Jährige und sein Sohn leicht an den Beinen verletzt. Der 33-Jährige zog sich Verletzungen am Bein sowie am Kopf zu und wurde von alarmierten Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht, wo er stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum genauen Unfallgeschehen dauern an und wurden vom Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 1, Nord, übernommen. Bericht Man bei einem Wohnungsbrand gestorben Nummer 1684 Bei einem Wohnungsbrand gestern Mittag in Wilmersdorf kam ein Mann ums Leben. Nach bisherigen Erkenntnissen alarmierte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses an der Schlangenbader Straße gegen 12 Uhr die Feuerwehr, da in einer Wohnung im fünften Obergeschoss des Hauses ein Feuer ausgebrochen war. Beim Eintreffen der Brandbekämpfer und der ersten Polizeieinsatzkräfte stand auf dem Balkon der Wohnung ein Mann, der um Hilfe rief und schließlich zu Boden fiel. Nach dem vollständigen Löschen der Wohnung fanden die Einsatzkräfte der Feuerwehr auf dem Balkon einen Mann mit schweren Brandverletzungen. Sie konnten nur noch den Tod des Mannes feststellen. Ob es sich dabei um den Mieter der Wohnung handelt, steht zu jetzigem Zeitpunkt nicht zweifelsfrei fest. Die Ermittlungen zur bislang noch ungeklärten Brandursache führt ein Brandkommissariat des Landeskriminalamtes. Bericht Falsche Polizeibeamte festgenommen Nummer 1685 Fahnderinnen und Fahnder der Polizei Berlin nahmen gestern Abend in der Charlottenburger Chaussee in Spandau einen 37- und einen 46-jährigen Mann sowie eine 46- und eine 32-jährige Frau fest, die im Verdacht stehen, als falsche Polizeibeamtinnen und Beamte mehrere Trickdiebstahlstätten begangen zu haben. Dem bisherigen Ermittlungsstand zufolge sollen sich einer der Männer und eine der Frauen gestern gegen 12 Uhr in Westend als Mitarbeitende der Kriminalpolizei ausgegeben und unter dem Vorwand, das bei ihm eingebrochen worden sei, Zutritt zur Wohnung eines 86-Jährigen in der Reichsstraße verschafft haben. Der Geschädigte gab bei seiner Befragung durch die Polizei an, von den beiden mehrfach nach Schmuck und Bargeld gefragt worden zu sein. Beim Vorzeigen eines Teils seiner Vermögenswerte seien ihm dann Bargeld im vierstelligen Bereich und eine hochwertige Armbanduhr gestohlen worden. Den Diebstahl bemerkte der Senior erst, nachdem die Tatverdächtigen seine Wohnung verlassen hatten. Ein Teil der in der Wohnung des 86-Jährigen entwendeten Gegenstände konnte bei der Festnahme beschlagnahmt werden. Wie die weiteren Ermittlungen ergaben, sollen die vier Tatverdächtigen allein gestern in Berlin drei weitere Taten mit identischem Modus operandi begangen haben. Ein Zusammenhang zu weiteren ähnlichen Taten in den vergangenen Wochen wird geprüft. Die mutmaßliche Diebesbande wurde nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung dem zuständigen Fachkommissariat beim Landeskriminalamt überstellt. Nach Rücksprache mit der Bereitschaftsstaatsanwaltschaft wird noch heute einer der Tatverdächtigen einem Richter zum Erlass eines Haftbefehles vorgeführt. Die Ermittlungen dauern an. Bericht In Hellersdorf nahmen Polizeikräfte gestern einen mutmaßlichen Betrüger auf frischer Tat fest. Der festgenommene 36-Jährige steht in dringendem Verdacht des gewerbsmäßigen Bandenbetrugs in Form des sogenannten Enkeltricks. So soll der Mann aus einer Wohnung in Berlin seit dem 19. August 2022 378, 76 und 84 Jahre alte Frauen in Polen angerufen und sich hierbei zunächst mit verstellter Stimme als Verwandte, meist als Nichte der Frauen, ausgegeben haben. Anschließend soll der Mann die Seniorinnen jeweils erneut kontaktiert und sich als Polizist ausgegeben haben. In der Rolle des Polizisten hatte er die älteren Damen jeweils vor einem Betrug durch die angebliche Nichte gewarnt, die als Teil einer Bande planen würde, die älteren Damen auszurauben und gegebenenfalls sogar zu töten. Durch die Verunsicherungen hatten die Opfer sich zur Vermögenssicherung und aus Angst darauf eingelassen, Wertsachen und Bargeld aus dem Fenster zu werfen. Die Gegenstände wurden dann von Abholerinnen und Abholern eingesammelt, die von dem Kriminellen teilweise unter Angabe angeblich legaler Gründe dafür beauftragt worden waren. Bei dem Telefonat mit der 84-Jährigen am gestrigen Tag konnte der Aufenthaltsort des 36-Jährigen ermittelt werden, sodass Kräfte der Polizei Berlin in die Wohnung eindringen und den Mann auf frischer Tat festnehmen konnten. Im Rahmen der sich anschließenden Durchsuchung konnte umfangreiches Beweismaterial wie Handys, SIM-Karten und Schmuck gefunden und sichergestellt werden. Der Festgenommene soll noch heute einem Richter des Amtsgerichts Tiergarten-Zweckserlasses eines von der Staatsanwaltschaft Berlin beantragten Haftbefehls vorgeführt werden. Die Ermittlungen erfolgten in enger Zusammenarbeit zwischen Polizeidienststellen in Berlin und Polen, Europol und der Staatsanwaltschaft Berlin, sie dauern an. Informationen und Präventionshinweise zum Thema Enkeltrickbetrug finden Sie auch unter https www.berlin.de slash polizeiaufgabenpräventionbetrug Artikel 788562.php Bericht Rollerfahrer von Lkw überrollt und verstorben Nummer 1687 Heute Morgen ereignete sich in Langwitz ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhren ein 46-jähriger Motorrollerfahrer aus der Paul-Schneider-Straße kommend sowie ein 60-jähriger Lkw-Fahrer vom Kamenzer-Damm kommend gegen 8 Uhr nebeneinander in der Malteser-Straße. Im weiteren Verlauf soll der Lkw gemäß Zeugenangaben von der linken in die rechte Spur gewechselt sein und dabei den Motorrollerfahrer erfasst haben. Der 46-Jährige stürzte dadurch, geriet unter den Laster und wurde von diesem überrollt. Er erlitt tödliche Verletzungen. Ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4, Süd, hat die weiteren Ermittlungen zu dem Unfall übernommen. Erlitt tödliche Verletzungen. Untertitelung des ZDF, 2020